Das schaffst du im Leben. Nein, das schaffe ich nicht. Wann wird dieser Junge es verstehen? Ich sehe nichts, der Chuck war nicht geladen, so eine Scheiße. Warum machst du das? Hallöche meine Freunde und herzlich willkommen, mein Name ist Zander und wir spielen heute wieder ein bisschen Craft Attack mit dem Early Boy vom Mann! So sieht's aus, jawohl, ja, rastet richtig aus. Ja, der hier in der Laune! Ihr seht es, ich habe, was ist denn das da für ein Whirlpool auf dem Dach, Alter? Was für ein Ding? Da unten der Whirlpool, was ist das? Scheiße, ich dachte, das wird mehr keiner. Guck, das ist das. Scheiße, Scheiße, daneben, nein! Scheiße! Bist du ein Vollhorst, Alter? Nein, nein, ja, nein! Eigentlich wollte ich da landen, ich hab das noch nicht ausprobiert, jetzt aber! Ja, 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 fuck! Boah, bist du ein Volltrott, Early! Ja, also das hat jetzt nicht wirklich gut geklappt, Alter! Ein Glück habe ich, während ich gestorben bin, noch den Eimer setzen können, ey, sonst hätte ich da jetzt nicht runtergekommen. So eine Scheiße! Ja, klar, ich hätte dir auch helfen können, ich stehe doch hinter dir. Du hast jetzt gerade übrigens deinen 50. Tod erreicht, Earlyboy, herzlichen Glückwunsch! Du behinderter Fisch, ey! Oh, warte mal, Fisch, warte mal, das hat jetzt gar nicht gepasst. Ja, eigentlich hab ich mir das eben so secret hingebaut und dachte, ach, das sieht eh keiner, lässt es da stehen. Nee, überhaupt nicht, da fällt ja nicht auf, dass da einfach so ein hässlicher Kabel so ein Shit auf dem Dach steht. Und dachte mir, ja komm, hast du endlich mal was, damit du runterkommst und ich diesen Scheiß da immer hinmachen musst. Und das war halt scheinbar keine gute Idee. Guck mal, ich hab eine schöne Treppe gebaut hier. Du warte, ich muss mein Inventar sozusagen. Ach, die war weggebracht, ist das laut, Alter. Laut ist das hier. Bei mir ist geschmeidig. So, ich hab übrigens über ziemlich viele Diamanten gefarmt, weshalb ich dir jetzt das unschlagbare Angebot mache, dass du dir Diamantensachen von mir nehmen darfst. Komm mit. Komm mit in meine schöne Wohnung, weil ich hab nämlich alles, was ich gerade brauch... Boah, Alter, guck dir meine Pickaxe an. Guck sie dir an. Okay, die ist geil. Ja, am Arsch, Junge. Komm, gib mir die wieder. Welche Pickaxe? Die ist geil, voll schön, Alter. Hast du die Diamant-Pickaxe? Nee, noch eine unverzauberte. Nee, ich hab auch noch eine, die ist fast kaputt, die hätt ich die auch noch geben können, aber egal. Oh, Karotten. Ich brauche mal Karotten. Hier, die geb ich dir jetzt. Wo hast du die her? Die hab ich gesammelt heute. Wir haben heute eine Besprechung über Funwill gehabt. Also auf unserem Sur, Funwill.eu. Werbung. Wuh, 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 wuh. Oh, mein Gott, der Wehmann, Alter. Holy Scheiß, was ist los mit dir? Lass doch die Drogen weg. Ja, richtig geil. Jetzt kannst du hier auf jeden Fall eine Rüstung machen. Ich hab die während der Def-Konfig die ganze Zeit gesammelt. Ich hab die ganze Zeit einen Spawner gesucht. Ich hab auch einen gefunden. Aber das ist nur ein Spinnenspawner. Ein ganz normaler Spinnenspawner. Ich... Spinnenspawner. 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 Richtig. So, und ich wollte noch was machen. Ich hab nämlich ein bisschen Gravel mit. Au. Brauchst du hier noch irgendwie... Ja, kannst du auch noch... Was sag ich mit Strings? Weiß ich nicht. Kannst du hier einen String von machen. Hahaha. Ein Momentanke. So. Ja, oh, lieber. Du wolltest irgendwas machen in dieser Folge, ne? Du hattest irgendwie ein bisschen was vor, ne? Ich will eigentlich schon seit sehr vielen Folgen was machen. Und zwar einen vernünftigen Aufweg nach oben. Das ist ja mit einem Rad, so wie es jetzt ist. Ja, dann müssen wir was mal machen. Dann hast du deine Idee, wie du das machen möchtest? Dann kann ich dir eventuell helfen. Also aktuell hatte ich geplant, einfach eine Scheichstrappe nach oben. Das ist besser, als die ganze Zeit nach oben zu schwimmen. Gravel. Spinnlich nah am Gucken. Das muss ja hier auch schön aussehen. Hast du Treppen bei? Das hier hab ich dabei. Ja, Junge. Abgebaut und meiner. Muss er da stehen lassen, das ist toll. Hier. Guck mal, bist du eigentlich jetzt glücklich, dass ich dir Diamanten gegeben hab? Was machst du, Alter? Warum bist du so kacke, ey? Was ist los mit dir? Ehrlich, hör doch auf. Was machst du? Sei doch ein bisschen produktiv. Ich hab mir heute gedacht, nach der gestrigen Folge, weil ich wieder viel gezeigt hab, hab ich mir gedacht, baust du mal heute wieder ein bisschen was? Jetzt will ich was bauen und du machst die ganze Zeit, du Scheiße. Warum? Warum tust du das? Warte mal, das sieht nicht aus. Ja, aber wirklich. Und da oben bei Kunga, oh, warte mal, ich muss mal gucken. Gucken, ob Kunga wieder gespielt hat. Weil er hat nämlich das scheiß... Nee, es ist immer noch da. Ja, der baut nämlich jedes Mal dieses scheiß Loch zu und ich buddel es wieder auf. Warum? Weil mir der da reinfällt. Ach, das war so eine Haustür? Ja. Fällt der da jedes Mal wieder rein, oder was? Steinbar, ich hoffe es zumindest. Warte mal, hier ist Gravel. Aber Kunga ist so ein sweeter Boy, das kannst du nicht machen. Da ist, ich bin hier in dem Loch gefangen. In welchem Loch? Das ist in meinem Po. Early Boy, Alter, was ist kaputt mit dir heute? Du weißt es nicht? Ja, was ist denn du? Seitdem Early Boy YouTube macht, hat Early Boy sich verändert. Ich hab mich verändert. Early Boy verliert langsam den Bezug zur Realität. Was ist real nice? Ach, scheiße, das ist richtig kaffig. Hier geht das so runter, das ist kacke hier. Ich muss gucken, wie ich das mache. Das muss einfach toll aussehen. Das muss toll aussehen. Und das sieht richtig kacke aus. Kunga hat ganz viel Gravel in dieses Loch reingeschmissen, weil der nicht mehr nach oben kam. In welches Loch hast du Gravel reingeworfen? Nee, er hat da Gravel reingeworfen. Und ich baue es gerade alles ab hier, damit er da wieder schön runterfällt. Ernsthaft? Schön gerade runter düst. Bist du so krass? Ja, ja. Ja, ja. Da hab ich ja nur einen Fehler gemacht. Jetzt komm ich nicht mehr nach oben. Ja, übrigens, ich hab mir ja die Kommentare der letzten Folge durchgelesen und ich hab jetzt natürlich noch ein bisschen was gemacht. Wie gesagt, ich hab jetzt gefarmt und so und hatte nicht aufgenommen. Also für alle Leute, wir mal ganz kurz eben eine Info. Ich hab's in der letzten Folge gefragt, ob ich aufnehmen soll oder also auch aufnehmen soll, wenn ich nicht aufnehmen möchte mehr oder weniger. Also dass ich halt einfach, wenn ich nur so ein bisschen zocke, also Offscreen-Sachen mache, dass ich die halt im Hintergrund so laufen lasse, die Aufnahme. Und da habt ihr gesagt, dass ich das einfach mal machen soll und dann kann man ja immer noch gucken, ob man das verwendet oder nicht. Das hat auf jeden Fall Zuspruch gefunden. Deswegen werde ich das auch so machen. Petrit, der Homo. Jo. Leute. Ist doch so, der Server ist einfach, es sind immer Leute hier auf dem Server. Ohne Scheiß. Ich hab die letzten Tage nicht einmal erlebt, dass keiner auf dem Server war. Ich bin schon wieder runtergefallen. Ich bin wieder raus. Ich bin aus dem Kinderparadies abgeholt. Boah, was ist denn los mit dir? Irgendwas ist doch bei dir nicht in Ordnung. Ja. Das ist doch nicht gesund für dich. Was da bei dir passiert. 28 Fragezeichen. Was? Was hat im Stream 34 Zuschauer? Was ist denn das? Bei mir steht da einfach nur so ein komisches... Das ist eigentlich das... scharfe S. Ich hatte im Stream 34 Fragen. 340 oder 34? Ich glaub 340. Ja, das wäre aber ein bisschen wenig. Eigentlich, also für Petrit. Ich wollte gerade sagen. 340 wäre wenig. Ja, mein ich ja. 34 wäre für ihn wenig. Ja, 340. Passt aber. Läuft bei ihm. Läuft bei ihm. Läuft bei dir. Das ist jetzt fame geworden. Er hat sich voll verändert seitdem. Moin, bin ich ja wieder runtergefallen. Boah, Leute. Sagt mir, wie soll ich damit umgehen? Wie soll ich mit ihr lieber umgehen? Okay, so inaktiv ist meine Community auch nicht. 34. Was? Spinner. Ich komm nicht mehr nach oben. Weißt du, das Problem ist, du machst einfach, wenn du offscreen bist, machst du einfach nichts Produktives. Das ist dein Problem, Early Boy. Das Problem, wenn ich offscreen bin, dann mache ich mir Gedanken, was ich machen könnte. Warum? Ne, also das ist einfach produktiv ohne Ende. Doch, ist so. Ne, ne. Aber das musste jetzt mal gesagt werden. So, der Aufgang sieht doch schon mal toll aus. Und ich werde hier vernünktige Glowstone-Laternen hinmachen. Und so werde ich den Stadtweg auch anlegen, glaube ich. Aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich kriege den auch einen Sack, wenn ich den Stadtweg so anlege. Weil bis jetzt alles aus Cobblestone gemacht wurde. Übrigens, das wollte ich noch mal gesagt haben. Ich habe jetzt endlich, ich habe mich überwunden. Ich habe es geschafft, endlich dieses hässliche, motherfucking, abgewrackte Ding hier an der Seite abzureißen. Hier war ja, für alle Leute, die es nicht wissen. Ich bin die ganze Folge jetzt wahrscheinlich nur hier unten unterwegs. Lol. Was ist das denn? In einem Shader kann ich durch die Hecke in den Grund reingucken. Ist ja behindert. Ja, auf jeden Fall habe ich das jetzt hier abgerissen. Hier war ja vorher so ein behindertes Feld und alles scheiße. Und das habe ich jetzt abgerissen. Und jetzt sieht das so aus. Ich weiß nicht, wer das war. Irgendjemand war das. Wo bist du denn jetzt überhaupt? Immer noch unten in dem Loch. In welchem Loch? Von Petrit. Äh, von Kunga. Achso, warte mal, ich komme noch mal hin. Ich will hier das Gravel rausholen, nur ich bin zu dumm dazu. Ach was, ehrlich? Oh, endlich habe ich eine Fackel drunter setzen können. So, zack, zack. Jetzt ist die Fackel weggespielt worden, fick dich. Siehst du nichts? Alter. Oh, jetzt habe ich es endlich. Petrit. Jetzt töte ich ihn. Flashtip. Alter, nein, es leckt bei mir. Es hat gerade geleckt. Toll. Guck mal, jetzt haut er ab, die Feige Ratte. Wenn du jetzt richtig siehst, hier kein Wasser... Oh, fuck. Ich jagte ihn jetzt. Ich jagte ihn jetzt. Der wollte mich gerade in das Loch reinschlagen. Guck mal, da steht er. Bam. So. Lass ihn allein reinschlagen. Und dir schicke ich Nias. Da ist dein Loch, du Assi. Ich denke, du hast die Dias gefahren. Ja, habe ich doch. Der hat mir, nein, der hat mir drei Dias mal geschenkt und die wollte ich ihm wiedergeben. Und dann habe ich heute gesagt, ich habe Dias, die kann ich dir wiedergeben. Und dann meinte er, ne, kannst du haben. Ach so. Nehmen gerade auf. Ah, ah. Warte, ich wollte dir eigentlich eine Fackel hier oben hinsetzen. Warte, warte. Was? Was passiert eigentlich jetzt, wenn ich das Wasser wegmache? Alter. Ey. Oh. Ich konnte gerade so überlegen, weil ich die ganzen Fackeln hier gesetzt habe. Was passiert eigentlich, wenn ich das Wasser jetzt wegmache? Dann werde ich dich zerfleischen. Wenn ich hier seit ungefähr fünf Minuten versuche rauszukommen. Sander? Ja? Sander? Ja? Was ist denn? Danke für den Cobblestone. Bist du ein Stück runtergefallen? Ne, zum Glück nicht. Reicht du denn später? Übrigens, heute Abend hast du doch Livestream, oder? Oder morgen erst? Was ist denn heute? Morgen am Mittwoch. 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 Mittwochabend. Mittwochabend hat Earlyboy einen Livestream. Vielleicht bin ich da auch mal mit dabei. 18 Uhr. Vielleicht gehe ich auch live, aber das ist eher spontan. Aber Earlyboy macht auf jeden Fall einen Livestream. Auf YouTube oder auf Twitch? Auf YouTube. Auf YouTube. Also, Mittwoch nicht verpassen bei Earlyboy auf dem YouTube-Kanal einen Livestream-Craft Attack und so machst du, ne? Ja, das ist ganz toll. Und ich werde mal ein bisschen produktiver sein. Ich will mein Haus fertig bauen. Das wäre richtig geil, wenn wir bei Earlyboy einfach mal so die zweieinhalbtausend Zuschauer schaffen würden. Das wäre so krass. Das wäre einfach so geil. Also, auf jeden Fall Mittwoch um wie viel Uhr startest du? 18 Uhr. 18 Uhr. Und Mittwoch um 18 Uhr auf jeden Fall mal beim Earlyboy auf dem Kanal vorbeischauen. Genau. So, machst du das so? Damit du nicht runterfällst. Ich habe nur an dich gedacht, Earlyboy. Ah. Ist das schön, ja? Ich habe schon mal überlegt, man könnte eine richtig geile, richtig krass geile Falle bauen. Achso, wie denn? Die ist noch nicht verpflichtbar. Ey, wir müssen noch Broken Thumbs trollen. Ja, das müssen wir auch noch machen. Pass mal auf. Ich habe mir überlegt, wenn man so eine Doppeltür, zum Beispiel am Chapman-Clap, so eine Doppeltür und man macht hier so einen Gang, der ist zweimal zwei breit. Ja. So. Diese Steine, hier pass auf, als Beispiel jetzt hier. Das ist zweimal zwei breit. Ja. Und die Steine, wo ich jetzt draufstehe, die sind mit Pisten verbunden. Ja. Sobald du vor der Tür ist ein Ding, vor den beiden Türen ist dann so ein, so ein, so ein. Ah, wie heißt die doch? Pressure Plate. Und sobald du auf die Pressure Plate trittst, gehen beide Türen auf, die Pisten hinter dir gehen auseinander und du kriegst einfach von vorne tonnenweise Pfeile in eine Fresse und fällst ins Loch. Das geht? Klar geht das. Wie willst du die Pfeile von vorne rausschießen lassen? Ja, du musst einfach nur einen Dispenser reinpacken, ein paar Pfeile. Wo? Aber du müsstest hier einen Dispenser reinpacken. Ne, die Türen gehen ja auf. Du trittst ja auf die Pressure Plate und dadurch gehen die Türen auf und dann kriegst du hinter die Türen, ist dann einfach da zwei Dispenser, die dich mit Pfeile beziehen. Ja, aber das siehst du doch durch die Tür durch, dass da ein Dispenser steht. Ich fände es gut, du genug versteckst. Das kannst du auch in einem Painting oder sowas stecken. Ja, das können wir machen. Ey, lass uns mal mal bitte den Pfeile machen. Das wäre so witzig. Ja, das Problem ist, die haben keinen festen Wohnwitz. 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 Haben die nicht? Ja, aber ich glaube, hier ziehen die ein. Die wohnen außerhalb der Stadt, aber da sind die halt nicht wirklich aktiv. Ich glaube, hier ziehen die aber ein. Nein, ich habe Angst, hier hochzugehen. Ja, das ist ein Penis, da wohnen sie definitiv. Ja, meinst du? Ja, keine Ahnung. Wo? Ah, nee, warte, hier geht's da oben. Wo ist ein Penis? Ach, da liegen sie an der Mauer weiter. Hä? Ich habe keine Ahnung, vielleicht ziehen sie hier an. Ich weiß es nicht. Hier wohnt der Bergmann, da oben ist Bergmann. Ja, hier haben sie sich zuletzt aufgehalten, hier unten an der Kiste. Deswegen hier, an dem Gedöns hier. Ich nehme mal an, dass die hier wohnen. Könnte sein. Ich weiß es nicht. Ich habe immer noch nicht an meinem Totenkopf ausweiten. Doch, habe ich wohl. Komm mal mit, hast du das eigentlich gesehen? Ich habe alles eingerissen. Ja, wie du das? Ich habe alles eingerissen. Das sieht richtig scheiße aus. Du hast alles eingenässt. Ja, eingenässt. Genau. Komm mal mit. Merk gerade, dass ich mich überhaupt nicht noch vorbereitet habe. Was hältst du denn davon, wenn wir einfach jetzt mal ganz kurz eine Brücke zu dir rüber bauen? So eine ganz schnelle Verbindung. Dann kannst du nämlich auch meinen Aufzug benutzen, um hochzukommen. Ach, Rotpilz ist auch noch da jetzt, Alter. Wie viele Leute jetzt einfach gerade wieder da sind. Wir haben, man muss dazu sagen, wir haben einfach 20 vor 12 abends, am Montag. In der Gamerside, bitte. Es sind einfach nur 6 Leute online. Pass auf, von mir aus können wir eigentlich relativ gut zu dir was rüber bauen. Guck mal hier. Boah, krass, das sieht übelst aus. Hier ohne den Shader. Aber jetzt nicht mehr. Keine Ahnung. Nein, hier, was machst du? Hier. Du musst hoch. Hier. Und dann von dem Balkon aus können wir super easy rüber bauen. Hier, das können wir gerne machen. Dann machen wir hier. Guck, hol mal einen Cobblestone. Das geht relativ schnell in der Kiste, in der linken. Weißt du, wo ich meine? Mh, mh. Warte, ich hole. Oder hast du genug? Müsste einige noch haben. Ja, gut. Guck mal, können wir jetzt erstmal so provisorisch hier so eine Brücke rüber bauen? Weil die zu Porkchop Media ist ja auch noch richtig kacke aus Dirt, Alter. Die ist nicht kacke aus Dirt, die ist kacke aus Kacke. Oh, ich bin schon da, sag das doch mal. Genau, siehst du? Das ist nämlich voll easy peasy. Und dann kannst du nämlich immer richtig leicht rüber kommen. Ich liebe diese Musik, ne? So, und jetzt kannst du einfach so richtig geil hier rüber kommen. Pass auf, Leute. Alter, du hast doch nicht im Ernst geglaubt, dass du es von hier schaffst, in den Poolrhein zu springen, oder? Das schaffst du im Leben. Ah, nein, das darf ich nicht. Wann wird dieser Junge es verstehen? Ich sehe nichts, der Chuck war nicht geladen, so eine Scheiße. Warum machst du das? Er ist so behindert. Ne, was ich mit meinem Haus machen werde, das werde ich in der nächsten Folge erklären. Weil ich das dann nämlich auch am Mittwoch im Livestream basteln möchte. Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und wie gesagt, schaut auf jeden Fall am Mittwoch bei Early Boy ab 18 Uhr im Livestream vorbei. Und natürlich auch, Early Boy, du hast gerade auch aufgenommen, ne? Ja, klar habe ich aufgenommen. Genau, schaut auf jeden Fall beim Early Boy vorbei. Und, ähm, da würde ich sagen... Meine Schuhe sind kaputt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge Craft Attack wieder. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht. Genau, geht auch. Ciao!